Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten und willkommen zurück zu einem weiteren Case Opening von Counter-Strike. Wir werden öffnen, Chroma 2. Die in Star Trek, Star Trek, Star Trek, Lord geben. Ich weiß, du hast mir ein Messer geschenkt, aber... Achso, ja, nochmal kurz, ne, ähm... Hier, das habe ich gezogen. Ist zwar nur ein Vanilla, aber immerhin Karambit, ne? Würde ich mal behaupten. Ähm, ja, wir machen jetzt mal hier Chroma 2, wir nehmen eine Kiste. Und hau drauf, komm, bitte, Lord geben, bitte. Hau mal was Gutes raus hier. Ja, CZ, warum nicht? Ah, die Star Trek bekommen wir auch nicht, sondern nur die abgesägte Scheiß-Strike. Oh, sogar ein Star Trek. Oh, Origami. Äh, okay. Die war zwar nicht in Star Trek bei mir, wurde das nicht angezeigt, aber jub, kein. Ach, komm schon. Ja, natürlich. Blau, blau, blau. Oh, ne Farmers. Dijin, oder wie sie heißt. Ja, die, ja, finde ich gar nicht, ja, die ist aber, die ist aber abgeranzt. Kampfspuren, ja. So, komm, bitte, Lord geben. Und wir bekommen, äh, Desert Eagle Bronze Deco. So. Ähm, ich werde noch zwei öffnen. Also zwei Kies werden wir kaufen. Für 4,40 Euro. Haha. Der Zahlvorgang läuft. Äh, autorisieren. Ah, hörle, ich möchte. Okay, vielen Dank. Okay. So, das sind die letzten zwei Schlüssel. Ich hoffe, Lord geben ist gnädig. Und haut mal hier wieder ein Geistchen raus. Ja, da war die Monkey Business. Also die 5-7 Monkey Business. Und da war sie schon wieder. Und wir bekommen wieder die Bronze Deco. Wer hätte es gedacht, warum auch nicht? Ah, Lord geben. Komm schon. Bitte. Bitte. Bitte, Lordi, Lord. Das hier. Das hier hätte ich gerne. Das da. Und es wird eine Elite-Build. Die da. Noch nicht einmal in Star Trek. Enttäuschend. Enttäuschend. Naja, okay. Ich finde die nicht schlecht. Die sieht gut aus. Aber in Star Trek wäre die natürlich noch besser. Ah. Was ist denn mit dir hier? A Sergeant. Oh Mann, ey. Können wir einen Aufwertungsvertrag machen? Können wir natürlich nicht. Ey, ich sehe denn nicht, wird alle reinhauen. Aber nö. Äh. Auch nicht. Können wir irgendwas von der blauen Scheiße machen? Können wir sogar. Haben wir viel. Na ja, können wir auch nicht. Von der hier 7. Oh nein. Oh, ich habe aus der Seine rausgetappt. Oh, 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 oh. Lieber Gott, ich stehe mir bei. Jetzt sind wir wieder drin. Äh, 7. Ja, es passt nicht. Da fehlt mir eine einzige. Ja, wir können weiter nichts machen, liebe Leute. Trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ihr seht, ich habe hier noch... Ah, ich habe hier noch ein paar Scheine Kisten. Die haben wir hier noch. Ja. Chroma 2. Oh ja. Also, wir können irgendwann, können wir mal wieder einen Aufwertungsvertrag machen. Dann hoffe ich mal, dass wir hier zum Beispiel ansetzen können. Eine Frontside, Mist, die ist weg, ne? Eine ist weg. Jawohl, die ist weg. Ja, ähm, liebe Leute. Trotzdem, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Danke. Tschö. Tschö. Tschö.